Hallo und herzlich willkommen zu 100 und irgendwas Folge von Projection Stable 6. Ich habe den Mikrocontroller gemacht, das ist die 129. Folge. Ich habe einen Mikrocontroller gebaut, welcher die Aufgabe von unserem, na wie heißt es, das Integrated Dynamics System übernehmen wird. Der verbraucht leider Strom, aber den Strom kriegen wir auf jeden Fall rein, sobald das Ding irgendwie angehen sollte oder so. Das ist der Mikrocontroller. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal gezeigt habe. Mikrocontroller macht man im Endeffekt folgendermaßen. Es gibt so einen Electronics Assembler, den kann man machen. Und da kann man dann einen Microcontroller Case reinpacken. Und dann kann man verschiedene Sachen machen. Eine CPU beispielsweise brauchen wir. Wir brauchen RAM. Wir brauchen dafür eine Redstone-Karte. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was wir jetzt dafür gebraucht haben. So, dann baut das Ding Strom, dann assemblen wir es. Und wir können das dann mit einem EEPROM zusammen craften. Dem Ding hier. Das ist EEPROM. Und das können wir beispielsweise in unseren Computer packen. Äh, ich muss mal ganz kurz Strom drauf geben. So. Okay. Ähm, das ist Lua. So. Äh, und zwar können wir EEPROM reinpacken. Und, äh, ich kann mal hier... Das ist das Programm, was ich geschrieben habe. Ist ein ganz einfaches Programm. Wie gesagt, deswegen dachte ich eigentlich, wie kriegen wir das Arme. Äh, hier oben ist im Endeffekt, dass wir den, äh, Redstone-Component kriegen. Dafür gibt es so eine Redstone-Card. Die habe ich praktisch reingepackt in den Mikrocontroller beim Bauen. Ähm, und damit kriegen wir praktisch den Redstone-Component. Dann haben wir hier noch eine kleine Variable, die im Endeffekt einfach nur das React, die im Endeffekt einfach nur sagt, hey, welchen Code soll ich jetzt ausführen? Ist praktisch unser kleiner Speicherstand sozusagen. Sind wir unter das Niveau gefallen? Dann fülle, bis wir über dem Niveau sind, dann resette. Also im Endeffekt, das passiert folgendermaßen. So. Ähm, wir holen uns den Comparator-Output. Eins ist der, die Seite oben. Äh, im Microcontroller kann man nicht so sehr Komponenten benutzen. Wie jetzt zum Beispiel, äh, Sides oder irgend sowas. Äh, also ich glaube, man kann schon, aber es ist einfacher, wenn ich es so mache und nicht Ewigkeiten zurück sammle. Also, äh, wir holen uns den State. Gucken im Endeffekt, React ist am Anfang False. Erstmal starbenmäßig. Das heißt, wir gucken, ist der State von dem Block, der über dem Microcontroller ist, kleiner als 7? Wenn ja, dann React auf True und setzen Output auf die rechte Seite von 15. Wenn, also dann haben wir praktisch ja React auf True, das heißt, hier unten geht man nicht mehr rein, sondern nur noch hier oben in dem Zweig. Das Ding ist ja eine Wahl-True-Schleife, das heißt, die läuft nun endlich weiter. If React then, äh, also praktisch, wenn wir hier unten das gesetzt haben, dann gucken wir, haben wir mehr als 13. Also praktisch 13 ist jetzt mein Limit, das setze ich jetzt mal mit 90% ungefähr gleich. Also, was heißt 13, 14, im Endeffekt, sobald wir ein Signal von 14 haben, äh, setzen wir Reaktor False und den Output auch wieder auf 0. Damit wird der Reaktor ausgeschalten. Genau, und damit sollte es eigentlich alles funktionieren. So, und was wir machen können, wir können Flash, äh, Reaktor beispielsweise eingeben. Und wenn wir hier eine EEPROM drinnen liegen haben, können wir hier mit Y Confirm, dann dauert das einen Moment, und dann kann man, äh, Namen eingeben, Reaktor Control beispielsweise, dann haben wir das hier drauf, können wir rausnehmen, Reaktor Control, und dann können wir das mit dem Mikrotokontroller einfach zusammencraften und haben das Protokram reingepackt. Äh, ich hab das aber schon gemacht, deswegen ignoriere ich das jetzt erstmal. Äh, so, genau, und den können wir erst wieder ausmachen. Und ich hab immer noch die Pattern dabei. So, okay, gut, das ist wie gesagt der Controller, das geht dann hier auf der rechten Seite, wenn ich das hinweg mache, werden wir es sehen, da geht es an. Wenn ich es hinmache, bleibt es an, weil wir unter 13 sind, wenn ich das jetzt mal voll machen würde. Ach ne, wir sind über, wir sind über 90%, stimmt, also geht es aus. Okay, gut, jedenfalls, äh, werden wir das Ding jetzt mal runtersetzen. So, und dann brauchen wir einmal Redstone, ich nehme mal eine Redstone Conduit mit. Brauchen wir hier von was, wir haben wieder mal nichts. Äh, nur weil wir das ja vor einer Weile festgestellt haben, mir ist jetzt wieder eingefallen, dass ich das ja noch gar nicht gemacht habe. und dass es wahrscheinlich an der Zeit wäre, das endlich mal zu machen. Und, äh, übrigens, die Energy Cell, das war die Hardened Energy Cell. Es gab anscheinend ein Lack auf dem Server, woraufhin der Server gesagt hat, ja, ähm, ich mach's mal zu einer Basic. Also, anscheinend ist der MBT-Tag verloren gegangen irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ja, nun gut. So. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Lalalala. So, okay, jetzt können wir anfangen. Zack. Noch ein bisschen Converts machen. Dass wir den Strom, äh, den Strom, das Redstone Signal runterkriegen. Und dann bauen wir das hier einmal weg. So, also, das einmal komplett weg. Wie gesagt, wir gehen auf die rechte Seite raus. Äh, ich hab das vorprogrammiert. Man kann sicher da auch irgendwelche Sachen machen, dass man besser die Signale setzen kann, als ich das jetzt tue. Aber, ja, für meinen Zweck ist das reichend. So, Microcontroller hin. Anschalten. Ähm, der, wie gesagt, nimmt hier oben, also mit Rechtsklick schalte ich's an. Das, äh. Im Endeffekt, das, das Lämmchen hier wird grün, wenn man's anschaltet. Und wenn ich nochmal draufklicke, mach ich's aus. Also, einmal Rechtsklicken und dann's an. So, dann müssen wir jetzt hier unser Redstone Signal abgreifen. Ähm. Das hab ich schön hässlich alles gemacht, ne? Oh, oh, stört mich gerade. Okay. Gut, äh, ändern kann ich's jetzt eh nicht. Äh, gehen wir mal, äh, aber wenigstens hier gerade nach hinten. So, ciao, ciao. Und dann das Ding hier. hin. Und wir greifen hier ab. Input Signal. Und hier machen wir Output Signal. Okay. So, und jetzt sollte wirklich der Reaktor eigentlich nur angehen, wenn wir wirklich unter das Niveau fallen. Das heißt, wir werden es die ganze Zeit drum verlieren. Aber sobald wir, was waren's, sieben? Also, unter, relativ weit unter der Hälfte sind. Ähm, fängt er an. Und produziert Strom, der dann reingeht und dann wird das hoffentlich alles was. Mal gucken. So, ich lass mal das hier weg, dass ich hier nochmal gucken kann. Und das hier kann ich eigentlich auch jetzt mal alles hier. Die ganzen Variablen können wir wieder löschen. Brauchen wir nicht mehr. So. Und theoretisch brauche ich auch nicht hier die beiden, äh, Redstone Ports. Ich kann ja nochmal hier, äh, Set from Signal. Nope. So. Genau. Und dann können wir, das nehme ich nochmal am einen nach vorne bauen vielleicht. So. Und dann machen wir hier ein Insert dran. Zack, zack. Das Ding weg. Okay. Okay. Super. Okay, damit haben wir jetzt eigentlich unseren Reaktor nochmal automatisiert. Hatten wir ja schon mal. Okay. Gut. Ähm, dann habe ich keine mehr, dann kann das alles mal weg. So. Ach ne, einen habe ich noch. So. Gut. Damit hätten wir das erstmal. Äh, und... Tja, ich hatte ja das letzte Mal wunderschön angefangen zu basteln. Hier oben. Und mir wurde jetzt gesagt, dass, äh, also ich habe jetzt rausgefunden, warum es nicht funktioniert. Und zwar haben wir hier oben, das habe ich nicht gesehen, wir haben beim Extract, haben wir eine Farbe für den Channel. Das heißt, wir müssten auch mit vielen Sachen abgehen davon, um da irgendwas zu machen. Und das ist doof, und das will ich nicht, deswegen machen wir das nicht. Ähm, ja. Das heißt, wir werden das umbauen, sodass wir praktisch drei haben. Drei Seitenanschlüsse, auch wenn ich das eigentlich ja nicht wollte, aber... Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, außer ich mache jetzt irgendwas mit... Wie heißt das? Ähm... Kommt nicht auf den Namen. Ah, äh, hier diese Red String Container. Genau. Damit könnten wir das ja noch erweitern, praktisch mehrere Seiten hinzufügen, an einer Seite, aber... Na. Doof ist das auch. Ja. Äh, wie gesagt, das sind so ein bisschen so die Probleme. Wir können natürlich auch mit Kisten arbeiten und mit Convents, damit wir noch ein bisschen den Strom da rankriegen und was weiß ich nicht, aber... Es ist jetzt alles nichts. Es ist alles doof. Das ist... Ja. Ähm... Genau. Deswegen, das werden wir jetzt erstmal machen. Wir werden uns erstmal kümmern, dass wir das jetzt aufgebaut kriegen. Ich hatte auch überlegt übrigens, ob wir sagen, dass wir beispielsweise, ähm... Na. Wie heißen die Dinger? Äh... Sequencer? Sequential Fabricator. Genau. Äh, für das Ding gibt es nämlich ein Augment. Habe ich gesehen. Äh, und zwar das hier. Dann können wir... Dann haben wir praktisch einen Fluid-Chank und können da Flüssigkeit reinmachen und er nutzt das anstelle von Eimern. Oder wo Flüssigkeiten halt benutzt werden müssen. Relativ interessant. Ähm... Allerdings ist das Problem, wir würden es wahrscheinlich... Wofür würden wir es benutzen? Wir würden es für, ähm... Signalung, für Enderium, für Lumium bräuchten wir es. Und halt für ein paar Upgrades bräuchten wir noch die... die Eimer davon. Wo ich mir aber gesagt habe, okay... In vielen von diesen Fällen... Es gibt ein paar, da ist es anders. Aber in vielen dieser Fälle... brauchen wir die Flüssigkeit auch woanders. Wir brauchen, äh... Enderized Closter. Wir brauchen... Resident Ender. Wir brauchen dieselbe Threadstone. Brauchen wir alles auch für Machine Frames. Pyrotium, Cryothium brauchen wir auch für Machine Frames. Aerothium vielleicht nicht. Und da habe ich mir was anderes überlegt. Wenn... Also wir werden nicht das Ding machen, sondern damit wir in einen Eimer kommen, werden wir einen Tank machen. Einen einfachen Tank. Äh... Wenn es nur um Eimer geht. Wir brauchen ja, wie gesagt, bei den anderen, die ich jetzt genannt habe, brauchen wir noch einen Fluid Transposer oder irgendwas, womit wir das in diese Sachen reinfüllen, in diese Machine Frames. Das heißt, es braucht ja irgendeine Automatisierung. Äh... Aber wir können so einen Fluid Tank machen. Und der hat den Vorteil, der hat nämlich ein Interface drin, ne... Äh... Sodass ich dort praktisch einen Eimer reinpacken kann, per Interface. Der Eimer saust einmal durch, wenn er wird gefüllt, und ich kann ihn wieder zurück ins Interface leiten. Klappt wunderbar. Und ich kann das innerhalb von einem Block machen. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall nutzen, für all die Sachen, die sonst sind. Das heißt, wir brauchen praktisch nur zwei Seiten. Hierfür, wir brauchen eine Seite mit dem Interface, und wir brauchen eine Seite mit der Flüssigkeit. Es kostet keinen Strom, es kostet nichts, wir füllen einfach nur den Eimer. Aber wie gesagt, wir brauchen für die Machine Frame, brauchen wir trotzdem eine Automatisierung, die es irgendwie füllt, weswegen... Ja... Leider da nichts draus wird. Genau. So. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich habe alles. Erstmal gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Und zwar... Machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir bauen jetzt erstmal hier alles ab. Äh... Außer vielleicht ein Strom. Ich könnte... Ne, könnte ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier in die Wand rein könnte. Vielleicht noch mit einem Kabel, aber... Wird nichts. Okay, bauen wir die erstmal aufeinander. So. Ähm... Dafür machen wir mal hier weg. So. Immer schön die Knötchen erwischen, dann baut man nämlich alles ab. Also, eigentlich baut man alles ab. So. Oh, nicht immer. Okay. So, das hätten wir. Dann einmal die Fluid-Transpose weg. Ah, mich stört das total, dass das alles so... Okay. Signal um. Signal um. Wie gesagt, damit kriegen wir jetzt sechs hingebaut. Wow. Oder ist ich jetzt... Moment, wenn ich den noch einen nach vorne sehe... Nee. Nee. Ich müsste dann hier in das Ding reingehen. Das kriegen wir auch nicht so toll hin, wie ich es mir wünschen würde. Es ist einfach dumm. Es ist einfach echt dumm. Aber ich baue die trotzdem mal nochmal ein hier. Nach hier. Äh... Okay. Äh... Dann müssen wir einmal... Hinten ist noch in Ordnung. Seiten-Input können wir auch lassen. Ähm... Weil hier kommt dann die Flüssigkeit rein. Das heißt, wir brauchen die Export-Bus. Jetzt doch. Äh... Export-Bus. Also Fluid-Export-Bus, muss ich dazu sagen. So. Die kommen hier dran. Und dann brauchen wir noch einen Storage-Bus. Pass. So. Zack. Und dann brauchen wir noch Cable. Und irgendeine schöne Farbe. Ich nehme an, wir werden orange nehmen. Oder wir nehmen dieses schöne, schöne helle Blau. Nein. Das da. Hä? Nee, nicht Cian. Das da. Danke. So. Einmal das angeschlossen. Einmal eingefärbt. Und dann können wir nämlich sagen, dass wir wieder mit Quarz... Wie gesagt, es tut mir leid, dass wir es jetzt wieder mit ME-System automatisieren. Aber ich sehe im Moment jetzt keine andere Möglichkeit für uns in der aktuellen Lage, das schön anders zu automatisieren. So. Einmal Strom drauf geben. Devices sind alle online. Der Fluid Storage-Bus kann sehen. Wunderbar. Das heißt, ich kann mal hier die Labe wegmachen. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier Redstone. Das heißt, wir haben hier Enderium. Okay. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. War in einem noch irgendwas drin an Flüssigkeit? Nee. Ist die weggegangen? Anscheinend. Weil ich glaube, es ist ein Ding, warum ich diesselbstes Redstone. Ja. Ich glaube, es ist weg. Okay. Bucket. Ähm. Zack, zack. Einmal. Nein. Nein. Bitte. Danke. Einmal das. Einmal das. Dann einmal hier definiert für Redstone. Es ist langsamer aus. Funktioniert. Und hier einmal Resonender. Okay. Ich kann auch mal den einmal noch reinpacken. Okay. Dann einmal das hier alles. So. Und so. Wunderbar. Okay. Ähm. Interface. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir brauchen noch was. Strom bräuchten wir noch. Den wollte ich dann hier hin machen. So. Ist ein bisschen ungünstig jetzt mit dem Strom. Aber da kommen wir dann hier gerade noch nach hier drüben. Wo ich nicht runter. Doch. Doch. Hier komme ich runter. Hier komme ich runter. Hier komme ich runter. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin echt überhaupt nicht zufrieden mit dem ganzen Ding hier. Äh. Das gefällt mir gar nicht. Okay. So. Äh. Strom kriegt er. Nehmen wir hier diesen da. Ich weiß es bringt nichts. Aber ist mir egal. Na. So. Okay. Gucken wir mal was funktioniert. Let's don't bucket. Go. Und es ist fertig. Okay. Funktioniert auf jeden Fall relativ schön schnell. Okay. Das geht nicht. Da kann ich es nicht reinpacken. Dann packen wir es jetzt wieder rein. Wie gesagt. Wir müssen die einmal ja niemals wieder selber rausnehmen. Wir können ja dann jetzt auch sagen. Dass wir gerne zum Beispiel Machine Frames haben wollen. Ein Machine Frame bitte. So. Das kommt alles weg. Ach. Kannst du auch was weg. Es wird echt nicht schön. Es wird echt nicht schön. Ähm. Naja gut. Jetzt müssen wir mal gucken wegen Channeln. Wenn ich jetzt hochrechne. Wir haben jetzt drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Es wird. Also sechs kriege ich auf jeden Fall. Dann haben wir sieben. Hm. Dann können wir hier dann halt noch die Exportbars. Wir haben ja hier oben sechs Möglichkeiten. Das heißt wir können sechs Dinger hier anschließen. Wie gesagt. Nicht schön. Aber. Funktioniert. Okay. So. Haben wir ein Machine Frame. Jo. Dann können wir nämlich sagen. Dass ich Pattern haben möchte. Weil wir keine mehr haben. Und dann kann ich sagen. Aus einem Machine Frame. Pflüpp. Wie gesagt. Wir müssen halt nur dafür sorgen. Dass wir immer genügend Diesel ersetzt haben. Ich meine. Wenn wir dann mal irgendwann festhängen. Ich bin noch am überlegen. Ich will gerne irgendeine Art Display machen. Wo wir irgendwie. Uns schön Sachen anzeigen lassen können. Aber. Dann muss ich mal gucken. Inwiefern wir das hinkriegen. Dass wir wirklich ein Display haben. Wo praktisch zum Beispiel dann. Also was heißt ein Display. Wir können uns ja. Äh. Ne. Monitor. Wie ist denn der? Monitor. Genau. Wir haben Storage. Und wir haben Conversion Monitor. Conversion Monitor. Da können wir dann sogar rausnehmen. Theoretisch. Aber wir könnten theoretisch nun Storage Monitor machen. Aber ich glaube. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass der. Das ist doch nicht wahr. Okay. Dann machen wir erst mal kurz das. Äh. Glutons Poser. Da kommt das dran. Okay. Damit können wir jetzt zum Beispiel schon mal die ersten Machine Frames wirklich machen. Äh. Dann können wir nochmal dafür sorgen. Dass wir. Äh. Ihm mal. Die dabei bringen. Part. Irgendwie ist das. Okay. Funktioniert nicht ganz. Ich dachte jetzt man kann es mit ID machen. Okay. Ähm. Bop. 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 Quartz Fiber. Ein Planet Cluster. Quartz Glass. Ja. Kann hier rein. Okay. Ähm. Also einmal Illuminated Panel. Go. So. Okay. Ich will jetzt mal ausprobieren. Ob ich da auch Flüssigkeiten draufpacken kann. Ich glaube nämlich nicht. Die Chores wollte ich auch mal sagen. Dass ich davon immer mal ein bisschen was da behalte. Das könnte man mit hier reinpacken. Dass ich vielleicht die Processor auch mit hier rüber packe. Wann mal. Wie viele Chips haben wir noch? Wir haben insgesamt neun Chips. Und das würde genau. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ja. Du. 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 Ja. Wir könnten die theoretische rüberpacken. Die Processor. So. Und dann können wir die mal hier rein definieren. Zack. Und uch. Zack. Warum? Jetzt. Okay. Und dann müssen wir jetzt mal ganz kurz abbrechen, wenn er gerade irgendwas macht. Den können wir mal abbrechen. Den auch. Okay. Damit er keine unnötig craftet, wenn wir keine brauchen. Weil wir haben mehr als genug Logik. Logik Processor. Und hatte ich eigentlich noch ein Reinforced Upgrade? Nein. Habe ich noch. Ich habe noch Erosium. Was fehlt mir? Elektrum Nuggets. Okay. Du. 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 So. Ähm. Reinforced. Dann können wir nämlich nochmal hier den zweiten Polarize Upgrade. Das ist ja mal ein bisschen schneller. Können wir noch so ein Auxiliary SIV Ding reinmachen. SIV. Der braucht wirklich ganz schön lange zum Nachfüllen. Ich glaube da müssen ein Aceleration Cards rein. Okay. Ähm. Wir können es natürlich auch andersrum machen. Wir können natürlich auch einen Import Pass machen. Den extrem schnell machen und dann den Rest mit Storage Pass machen. Funktioniert genauso, dass man es einfach umdreht übrigens. Äh. Ist auch teilweise gar nicht so dumm, sowas zu machen. So. Was. Was. Was hatte ich jetzt nochmal in. In. Vorhin Auftrag gegeben. Und vergesse ich alles. Ähm. Das wollte ich machen. Aber das war nicht das, was ich jetzt gerade machen wollte. Ich gucke mal von unten durch. Weil wir haben irgendwas gemacht, was wir nur einmal haben würden. Ähm. Machine Frame. Das war ja nicht das. Ah genau. Wir wollten das, äh, Illuminale Panel nutzen für einen Monitor. Genau. Wir wollten einen Storage Monitor machen. Haha. Das war's. Okay. Wie sieht es mit Schellen aus? Voll. Hier nicht. Äh. Zack. Einmal das hin. Und dann gucken wir mal, wenn wir mal einen Eimer nehmen. Ob wir das darstellen können. Okay. Okay. Fast. Kann ich irgendwie Fluid Pattern? Also, ich muss ehrlich sagen, dafür, dass, also, wir haben ja, wir haben ja für diese Staffel jetzt nicht Extra Cells mit reingenommen. Wir hatten es am Anfang drin, ich habe es dann aber rausgenommen, weil halt Applied Logistics eigenen Fluid Support eingefügt hat. Dieser Fluid Support dachte ich zuerst ist relativ cool. Weil es halt nativ ist. Und ich wollte keine zwei Dinger drin haben, die die gleichen Sachen im Endeffekt einführen, weil dann kommt Verwirrung auf, welches soll ich jetzt machen und warum und wie, weshalb. Äh, ja. Ich bereue es ein bisschen. Dann lieber hätte ich die ganzen Fluid Sachen deaktivieren sollen von Applied Logistics, weil wir können nicht so einfache Sachen machen, wie halt sagen, okay, wir machen ein Rezept mit einem Eimer. Und dann nutzt die Flüssigkeit. Das ist, wir brauchen sowas. Wir brauchen eine Eimer Automatisierung. Das Ding nicht automatisch, wenn ein Eimer im System ist. Das ist so ein bisschen schade, wirklich. Ja. Okay, so. Also, das funktioniert nicht. Aber was wir machen können, wir können nämlich diesen Monitor upgraden, deswegen habe ich die Upgrades gemacht. Äh, die Cores. Dachte ich, ah, das war das, was ich abgebrochen habe, ne? Könnte das sein, was ich abgebrochen hatte. So, zack, zack. Conversion. Und das war jetzt nämlich noch das Ding hier. Das ist relativ cool. Äh, das Conversion-Terminal. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gezeigt habe. Und zwar kann ich da zum Beispiel Koppelstoren reinpacken. Dann sehen wir hier. Wir haben 13.000 Koppelstoren. Kannst locken. Und mit Linksklick. Ich kann, ich, ich kann die Items hier reinpacken und ich kann sie rausnehmen. Stackweise und mit Sneaking einzeln. Sneaking geht natürlich nicht zum Reinpacken, aber, ja. Ist relativ praktisch, wenn man beispielsweise irgendwelche Items hat, wo man sagt, okay, da möchte ich immer mal drauf zugreifen können. Die man jetzt irgendwo im Lager hat, aber man möchte nicht immer mit dem Terminal. Man will sich vielleicht nur an einer Stelle mal drauf zugreifen oder man möchte es öffentlich zugänglich machen. Keine Ahnung. Hier, nehmt euch dort. Was weiß ich. Für sowas ist es praktisch. Äh, das war es dann aber schon. Ist auf jeden Fall ein schönes kleines Ding. Haben wir es auch mal gezeigt. Und wie gesagt, der normale Storage-Monitor, ähm, der kann nur darstellen. Bei dem kann man es halt rausnehmen. Genau. So. Ähm. Wir haben es auch, glaube ich, erfolgreich geschafft, eine Folge aufzunehmen. Also eine ganze Folge schon wieder, äh, vollzukriegen. Und ich wollte mal gucken, wie sieht es denn aus? Hat denn eigentlich unser System funktioniert? Aber wir sind noch nicht so weit rund. Ja. Also wir werden, wie gesagt, wir werden einen Haufen Energie verlieren und dann soll das wieder stoppen. Und diese Sound-Effekte mussten sein. Und mir kommt gerade noch eine Idee, die ich gerne noch machen würde. Und zwar, dass es eher, eher angeht. Will ich gerne. Aber das können wir relativ schnell machen. Kann ich euch dann nochmal ganz schnell zeigen, wie man das dann craftet. Und dann machen wir jetzt im Endeffekt einfach nur kleiner als acht, äh, neun. Oh nein. So. Dann hab ich reingepackt, ne? Jo. Äh, Flash. Reactor. Kurz kurz gucken. Jo. Äh, und dann mal kurz warten. Trim. Reactor. Control. Damit haben wir das fertig. Rechner ausmachen. Können wir unten das Ding nehmen Das ist aus Weil hier unten Input ist und nicht Output Aha, okay Gut zu wissen, haben wir gleich nochmal Nächstes Problem, aber gut, nehmen wir das Ding Mit dem hier zusammen Zack, Microcontroller Hingemacht, angeschalten Es geht an und es Wir sind Eigentlich Drunter Also sollte er eigentlich Anfangen Ups Gucken wir das nochmal ganz schnell an hier So, Moment Äh Redstone Okay, aus ist es Moment Mal gucken Ähm Huch Ja gut, es ist ja noch immer noch Äh, eigentlich relativ weit Was habe ich gesagt? Äh, neun Das heißt, acht ist knapp die Hälfte Weil wir können es ja mal ganz kurz ausrechnen Äh, acht Millionen Durch 15 Mal neun Äh, ne, mal acht Muss ich machen Verdammt, äh 533 mal 8 Ja, plus halt Ja, plus halt Noch mal ein paar Nullen Okay, also Sollte es gleich soweit sein Na, also was heißt gleich Noch knapp 400.000 sind es Die warten wir nicht mehr diese Folge Okay Ähm Ich, ich werde mal warten Dann, dann Dann zeige ich es gleich nochmal Wenn es dann soweit ist Nö Also Äh Mache ich jetzt mal einen Cut Und wir sehen uns dann vielleicht gleich nochmal wieder Nö Bis gleich Yay Er ist angegangen Ist gerade angegangen Gerade in dem Moment Super So Das heißt das Ding Füllt sich jetzt Und wir können mal gucken Dass es dann auch ausschaltet Also es sollte so bei Also kurz vor Schluss Sollte es dann ausschalten Ja Funktioniert Ich bin glücklich Das heißt das haben wir alles schon mal schön programmiert Also Den kleinen Mikrocontroller Der im Endeffekt Eine ganz einfache Aufgabe hat Und zwar einfach nur Weil es Die anderen Sachen nicht hinbekommen Eine Variable speichern Ja Ich dachte gerade ist es wieder leer geworden So Und dann sollten wir jetzt Warte ich noch den Moment Ich meine wir haben jetzt schon eine Million gemacht In der kurzen Zeit Ja Dann warten wir nochmal ganz kurz Dass wir mal sehen Dass es ausgeht Und dann Ja Der Mikrocontroller bekommt ja jetzt Strom Das heißt der sollte auch Anbleiben Hoffentlich Wahrscheinlich Ich kann leider nicht Nicht sehen wie viel Strom der hat Dann muss ich mit so einem Analyse Tool dran So das ist der alte Man kriegt dann übrigens Die als alte Programm wieder raus Wenn man das mit dem Mikrocontroller zusammen craftet So jetzt sind wir bei 6 Jetzt kann ich das irgendwie so machen Dass ich da unten den Reaktor mit sehe Ja So also wenn das hier unten rot wird Dann wissen wir Bescheid Warten wir mal Sollte er dann theoretisch bald so Na gut Sollte fast voll sein Im Endeffekt Wir warten jetzt auf Was hatte ich eingestellt Ich weiß es gerade gar nicht mehr So letzte Million Gleich sollte es eigentlich ausgehen Habe ich Habe ich Fast hat sich eingestellt Auf 13 oder Das heißt wenn es auf 14 geht Was es eigentlich schon fast sollte Na gut Was habe ich gesagt 500 noch was 1000 Also Ja jetzt auf rot Zack Jetzt kommt nur noch der Strom an Von unten Der praktisch hier noch Übergeneriert wird Und jetzt geht es wieder runter Wunderbar Das heißt wir Sind relativ sparsam Wir treiben den Reaktor auf Vollspeed Da ist er am effektivsten Weil dann halt auch ja hier Die Fuel Reactivity hoch geht Das heißt wir wollen natürlich So viel Energie wie möglich Am Stück produzieren Bevor wir den Reaktor wieder ausschalten Also was heißt so viel wie möglich Dass wir ihn lange hoch halten Weil er halt effektiver ist So und ich glaube Wir haben noch ein neues Oder Haben wir noch mal eins bekommen Ja Wir haben mittlerweile schon 5 Bald haben wir autonomen Strom Okay Gut Jetzt bedanke ich mich erstmal Fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Man sieht sich beim nächsten Mal Vielleicht wieder Heute war es ein bisschen produktiver Mal gucken wie es das nächste Mal weitergeht Bis dann Ciao